Ja, einige der heutigen Tagesthemen. Gemeinwohl-Lobby. Ich war gestern bei dem Gemeinwohl-Lobby verfassungsgebende Versammlungscafé dabei. Circa 100 Leute haben teilgenommen mit Microsoft Teams, dass wir uns merken für größere Versammlungen. Da kann man also kostenlos bis zu 300 Leute zusammenschalten, was, glaube ich, bei Google Meet so nicht gehen dürfte. In dieser Menge. Also wenn wir größere Mengen brauchen, dann benutzen wir dann auch Microsoft Teams. Ja, und dann soll auch irgendwie die Frau Grimmenstein von der Gemeinwohl-Lobby auch irgendwie mit KenFM gesprochen haben. Leider habe ich das nicht gefunden, auch beim Corona-Ausschuss von gestern soll KenFM auch kurz erwähnt haben, die Gemeinwohl-Lobby und die verfassungsgebende Versammlung. Vielleicht nur, um die Verwirrung zu klären. Ich vermute, dass es so ist, dass man Verfassungsänderungsvorschläge einerseits als Partei in die politische Diskussion werfen kann und die verfassungsgebende Versammlung kann auch ihren Weg gehen, ihre Strategie, nämlich auf diesem Wege zu einer neuen Verfassung zu kommen. Ja, ich zeige das nochmal kurz hier schnell. Ja, zum Beispiel unser Konzept ist ja hier, entweder wir nehmen die Wohlfühlstimme und haben dadurch, also gestern auch bei der Gemeinwohl-Lobby war das Entscheidende, auch dass von einigen gesagt wurde, ja, dass eben die Wählerinnen wieder der souverän sein müssen und alle anderen ihnen dienen müssen und nicht, wie es jetzt ist, umgedreht. Ich habe dann gesagt, ja, jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich alle nur Arbeitssklaven, Konsumsklaven und Kriegssklaven sind und nicht eben die Souveräne und die Herrscher. Wir Wählerinnen haben eigentlich nichts zu sagen und durch die Wohlfühlstimme würde das total umgedreht vom Kopf auf die Füße gestellt werden, wie auch jemand gestern dann gesagt hat, wir müssen alles vom Kopf auf die Füße stellen. Durch die Wohlfühlstimme, die Wohlfühlstimme hat den großen Vorteil, dass es sehr schwierig ist, zum Beispiel ein konkretes, sich einzuarbeiten in ein Sachthema bei einem Volksentscheid. Man denke nur an den Brexit. Ja, die Schwierigkeit für die Wählerinnen ist, sich genügend Sachkenntnis anzueignen, um rauszufinden, wird der Brexit mein Wohlfühlen steigern oder beschädigen? Ja, und das ist sehr schwierig. Aber festzustellen, wie es mir wirklich geht und die politikkompetenten Politikern zu überlassen, die nur unsere Diener sein müssen, weil sie nur dann überhaupt von uns noch wiedergewählt werden, wenn die Wohlfühlstimmen, zum Beispiel im Bundesland, und was weiß ich, also auf jeden Fall, wenn die Wohlfühlstimmen der Leute, die regiert werden von einer bestimmten Partei, besser ausfallen als in anderen Bundesländern, dann werden wir Wählerinnen uns wohl entscheiden, diese Partei auch in unserem Bundesland zu wählen. Und wenn die Bundesländer sozusagen volle Entscheidungshoheit bekommen, also sozusagen die, ja, letztendlich die Länder sozusagen quasi fast Staatsstatus bekommen, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte schneller drehen, also die Wunschgeschwindigkeit, also wir hören zum Beispiel fast alles in 1,75-facher Geschwindigkeit und wenn man sich entspannen will, empfiehlt sich 0,75 als Geschwindigkeit, dann kann man damit auch einschlafen, das ist dann zum Einschlafen. Also, und wie gesagt, wenn jemandem die Wohlfühlstimme irgendwie, wenn er die nicht haben will, dann müssen wir es komplizierter machen, dann müssen wir zum Beispiel, dann können wir noch die anderen fünf Punkte an Reformen für die, also in eine neue Verfassung reinschreiben oder als Verfassungsänderung durch eine Partei in die Diskussion werfen und so weiter. Ja, und dann gehe ich nochmal zurück. Ja, ich hoffe, dass es dann auch vielleicht zu einem Gespräch mit der Gemeinwohllobby und KenFM und nextscientistsforfuture.de kommt, dann haben wir da vielleicht eine gute Ausgangsbasis. Ja, und gleich werde ich nach den Kurznachrichten Prof. Richard Dawkins das egoistische Gehen, darüber habe ich ja gestern gesprochen, und die erste naturwissenschaftliche Systemkritik. Wie hieß es beim Corona-Ausschuss? Fehlanreize im System. Ja, also wir leben in einem einzigen Fehlanreizesystem, müssen alles vom Kopf auf die Füße stellen. Und Prof. Richard Dawkins hatte ungefähr um die 1980 rum in der Welt als erster echter Naturwissenschaftler Systemkritik geäußert. Hat das zwar nie weiter verfolgt, weil er dazu zu konservativ ist, aber wir natürlich, die bodenständige Linke, next scientists for future, haben das natürlich dann aufgegriffen, selbstverständlich und haben wie so vieles andere dann auch eben das ausgewertet. Und das werde ich gleich verlesen und darüber kommentieren. Ja, und dann aber erst einmal die Kurznachrichten für heute. Ja, das Problem, das Lobbyismus in den Parteien. Ja, also ich zeige das jetzt noch mal schnell. Was ist jetzt der wichtigste Satz überhaupt? Der wichtigste Satz überhaupt ist ja, für uns, das ist das Bild für unsere Dienstagstalkshows, die 56%-Frage. Sind meine Reformkonzepte Folge von vorteilbringenden Irrtümern, auch von Sparten, besonders auch meiner eigenen Sparte? Also sozusagen, eigentlich gute Talkshows, da sollten sich alle gegenseitig auffordern. Also ich werde zum Beispiel heute Abend die anderen auffordern mit dieser Frage, liebe Leute, sind denn meine Reformkonzepte auch für Ministaaten oder große Staaten, also Ministaaten, eher Kommunenprojekte und so weiter. Für Ministaaten und große Staaten sind meine Reformkonzepte die Folge von irgendwelchen Irrtümern, besonders vorteilbringenden Irrtümern, auch von Sparten, besonders auch meiner eigenen Sparte. und wenn alle in einer Partei und in einer Talkrunde sich gegenseitig auffordern zur Kritik am eigenen Weltbild, nur dann kann etwas gelingen. Nur das ist dann echte, freie Argumentekultur. Das werde ich heute Abend einbringen in die Talkrunde. Also, ich werde die anderen fragen und hoffe, dass die anderen auch diese Frage stellen. Ich werde die anderen fragen. Leute, sind meine Reformkonzepte etwa die Folge von vorteilbringenden Irrtümern, auch von Sparten, besonders auch meiner eigenen Sparte? Versucht, meine Reformkonzepte zu widerlegen, indem ihr sucht und sagt, deine Konzepte sind ja nur sozusagen Profitmaximierungskonzepte der Sparte XY. Da geht es ja nur darum, ein Süppchen zu kochen auf Kosten der Wählerinnen und deswegen sind diese Reformkonzepte falsch. Ich glaube, die Realität ist eher umgedreht, dass die Parteien sich schwer tun mit unseren Reformen, weil sie selbst so stark Lobbyisten irgendwelcher Sparten sind. Lobbyisten widerwillen im Sinne von Manipulationsopfer oder Lobbyisten, weil es sich um die eigene Sparte handelt und damit um den eigenen Geldbeutel handelt. Das Problem ist also, in den Parteien haben wir einfach viel zu viele Lobbyisten ihre eigenen Sparten und das schafft natürlich dann Riesenprobleme. Ja. So, dann die Kurznachrichten weiter. Also der Lobbyismus in Parteien, da sollte es eigentlich in den Neuparteien immer die Aufforderung geben, bitte enthalten sie sich bei Entscheidungen, die sie selber betreffen, die sie ihnen selber Vorteile bringen könnten, zum Beispiel weil sie eben die eigene Sparte betreffen. Und bitte halten sie sich dann raus, denn es ist doch klar, für was sie argumentieren. Das ist, jeder normale Lobbyist argumentiert selbstverständlich dann für Vorteile, für die Sparte, die er vertritt, zum Beispiel die eigene Sparte. Also eigentlich wäre die Aufforderung in allen Parteien, bitte liebe Parteimitglieder, halten sie sich völlig raus, wenn es um Reformen geht und Reformen Bereiche geht, die selber ihre Situation ändern könnten, weil sie selbst Teil der entsprechenden Sparte sind, die ihnen selbst Geld bringen können. Wir wollen hier keinen Lobbyismus dafür, dass Leute etwas politisch vorschlagen, was ihnen selbst Profit bringt. Das ist nämlich reiner Lobbyismus und den wollten wir jetzt endlich mal überwinden, denke ich. Also das ist meine Empfehlung an die Parteien. Das sollte die oberste Leitlinie erstmal schon sein, sich da rauszuhalten und die andere oberste Leitlinie habe ich ja eben gesagt, was das Thema sein soll. Ja, aus Sicht der Wählerinnen muss man die Sachen betrachten. Also die Wählerinnen wünschen sich doch eine Art Stiftung Warentest, in der sie dann die Rangliste der Nützlichkeit von Produkten sehen können. Was finden wir gut an der Stiftung Warentest? Also was finden wir Wählerinnen gut an der Stiftung Warentest? ist, dass sie uns quasi eine Rangliste liefert, die wir daraus ableiten können mindestens, dass wir sehen können, wo ist das beste Preis-Leistungs- Verhältnis? Was ist gut? Sehr gut und dennoch bezahlbar? Wo ist das Preis-Leistungs- Verhältnis gut? Und in dem Sinne machen wir uns im Kopf ja eine Leistungsrangliste der Nützlichkeit von Produkten. Und eigentlich ist unser System nur die Ausweitung der Stiftung Warentest, einer idealen Stiftung Warentest, auch nicht nur von Produkten, sondern auch von Dienstleistungen wie medizinischen oder Gesundheitsdienstleistungen, Ernährungs- Produkten und 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 also das heißt wir weitern alles einfach auf alle Teile der Gesellschaft aus und das ist doch was die Wählerinnen sich wünschen. Nur Lobbyisten bestimmter Spaten wünschen sich keine solchen transparenten Leistungsranglisten wie bei Stiftung Warentest, denn die wollen ja ihr Süppchen kochen, die wollen ja Profite machen auf Kosten der Wählerinnen sozusagen und die sträuben sich dann gegen eine solche Stiftung Warentest mäßige Leistungsranglistengeschichte und dann beim besten Sender News und Talks für ist jetzt auch eine Sendung auch mit Uwe Lohse wo es darum geht dass ganz Klartext gesprochen hat eigentlich hat die ganze Corona nachdenkliche Bewegung hat genauso wie Fridays for Future Null Ergebnisse erreicht Null Wirkung vielleicht sogar das Gegenteil noch verstärkt vielleicht wurden die Maßnahmen so brutal gerade wegen der Kritik der Querdenken Bewegung und so weiter und da sagen wir ganz klar Fridays for Future und die Corona nachdenkliche Bewegung müssen scheitern solange sie ohne die kompetenten Konzepte der Next Scientist for Future irgendwelche falschen Ziele verfolgen oder irgendwelche falschen Strategien wählen das geht halt so nicht so und jetzt zum wie versprochen zum sozusagen hier wie war das ich habe Ihnen das ja gesagt wir gehen hier also hier hin zum Beispiel auf unsere Homepage Next Scientist for Future .de dann steht ja hier googeln nach Richard Dawkins das egoistische Gen das heißt und danach dann suchen auf nach books google.de das heißt man geht mit der Maus hier drüber bis 364 dann googelt man danach google so und jetzt guckt man hier oben immer nach books google irgendwie books google wo ist books google die ganzen irre so da wäre es und dann klicke ich jetzt da drauf und wenn man da drauf klickt wo landet man dann man landet auf dem was ich Ihnen jetzt nicht zeige weil ich nicht weiß ob das von den rechten her erlaubt ist ich habe das jetzt auf einem zweiten Bildschirm und da lese ich Ihnen jetzt vor also circa ungefähr Größenordnung 1980 der erste echte Naturwissenschaftler wenn auch ein bisschen konservativ für uns zu konservativ und auch nicht mutig genug Professor Richard Dawkins formuliert in dem Falle er hat auch mal das persönlich beschrieben dass es nämlich um die Scheidung seine Scheidung mit seiner ersten Frau ging die man friedlich machen wollte und wo die Rechtsanwälte dann daraus eine streitige Sache gemacht haben und sie beide geblutet haben und die Rechtsanwälte gut verdient haben da hat er geahnt da stimmt doch was nicht da ist doch das System dysfunktional und das hat er jetzt hier irgendwie in dieser Version die jetzt hier bei Google Books gespeichert ist ist das quasi sozusagen neutralisiert sozusagen schon drin ich denke auch dass das egoistische Gen x-fach überarbeitet worden ist dieser Klassiker ja und der Punkt ist dass die meisten Leute eben gar keine naturwissenschaftliche Ausbildung haben überhaupt einen riesigen Bildungsmangel haben denn wenn man eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung sich einverleibt dann kommt man am egoistischen Gen und an Richard Dawkins niemals vorbei also die alle hochintelligenten Leute kennen Richard Dawkins und das egoistische Gen und alle anderen sind eben nicht hochintelligent sondern dann endet die Suche bei irgendwelchen Pseudowissenschaftlern Schluck Wasser also wer fähig ist kennt Richard Dawkins ja so ich lese mal vor ich bin jetzt kurz am Ende von Seite 363 Spieltheoretiker unterteilen alle Spiele in Nullsummenspiele und nicht Nullsummenspiele ich kommentiere Nullsummenspiele das würde bedeuten zum Beispiel das Raubtier und die Gazelle da geht es darum gewinnt die Gazelle bleibt das Raubtier hungrig und verliert Energie nämlich die Jagensenergie und erlegt das Raubtier die Gazelle verliert die Gazelle alles und das Raubtier gewinnt mehr Energie als er beim Jagen verbraucht hat so und nicht Nullsummenspiele sind ist wenn man gemeinsam kooperiert der Mensch als das Kooperationstier der Evolution wenn man kooperiert erzielt man mehr Nutzen zum Beispiel zieht man mehr Nutzen aus der Natur also aus einem Dritten und profitiert dann davon weswegen sich ja Kooperation dann in der Evolution durchgesetzt hat und nichts umsonst ist das potenziell zur Kooperation höchstfähigste Tier nämlich Homo Sapiens immerhin sehr weit verbreitet auf der Erde weil trotz des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus immerhin noch ein ganz klein bisschen kooperative Anteile ja übrig geblieben sind also wir haben ja nicht der antikooperative Anteil ist ja nicht ganz 100% und die wenigen Prozent die an kooperativen Anteil übrig geblieben sind reichen eben aus dass wir tatsächlich mittlerweile jedes andere Tier auf der Erde neigen zu verdrängen und zu töten und zu vernichten so bei einem ich lese weiter bei einem Nullsummenspiel ist ein Gewinn für den einen Spieler ein Verlust für den anderen Schach beispielsweise ist ein Nullsummenspiel denn das Spiel jedes Spielers ist zu gewinnen und das bedeutet er muss dafür sorgen dass der andere Spieler verliert das Gefangenen Dilemma jedoch ist ein Nichts Nullsummenspiel es gibt eine Bank ich habe vorhin die Natur als Bank genannt es gibt eine Bank die Geld auszahlt und die beiden Spieler können sehr wohl Arm in Arm lachend den ganzen Weg bis zur Bank gehen dieser Ausdruck dass sie lachend den ganzen Weg bis zur Bank gehen erinnert mich an eine großartige Zeile bei Shakespeare das erste was wir tun lasst uns alle Rechtsanwälte töten Heinrich der sechste zweiter Akt Zivilprozesse sind Streitfälle in denen es häufig einen breiten Spielraum für Zusammenarbeit gibt was wie eine Nullsummen Konfrontation aussieht kann mit ein wenig gutem Willen in ein für alle Seiten vorteilhaftes Nichts Summen Nullsummenspiel umgewandelt werden betrachten wir den Fall von Ehescheidung jetzt ist er denkt eigentlich an seine eigene Ehescheidung aber hat das neutralisiert hier neutral geschildert betrachten wir den Fall von Ehescheidung eine gute Ehe ist offensichtlich ein Nicht-Nullsummenspiel das voll also ein kooperatives Spiel das voll von gegenseitiger Zusammenarbeit ist hier ist es die Kooperation die Zusammenarbeit aber selbst wenn eine Ehe zerbricht wäre es für das Paar aus zahlreichen Gründen von Vorteil weiterhin zusammenzuarbeiten und auch seine Scheidung als Nicht-Nullsummenspiel also als kooperatives Spiel zu behandeln als ob das Wohlergehen der Kinder nicht genug Grund wäre reißen die Honorare von zwei Rechtsanwälten auch noch ein hässliches Loch in die Familien Finanzen so wird so wird ein vernünftiges und zivilisiertes Ehepaar offensichtlich zunächst zusammen einen Rechtsanwalt konsultieren oder etwa nicht also jemanden der auch wie ein Mediator alles schlichtet und kooperativ vertragsorientiert vertragensorientiert das Problem löst aber ich sage schon mal gleich dazu aber gerade Anwälte sind dafür die sind natürlich immer die schlechtesten Mediatoren weil die in ihrem Studium ja auf Streitschüren und Streitvergrößern ausgebildet werden mit lauter vorteilbringenden Irrtümern und das gar nicht wahrnehmen können dass sie eigentlich das Problem sind nämlich sie machen die Sachen größer und teurer das merken sie gar nicht weil sie so voll von ihren vorteilbringenden Irrtümern sind dass ihnen dann die ihnen nicht bewusst ist dass sie eigentlich Schäden anrichten um ihr Einkommen zu vergrößern und Dawkins stellt hier also die richtige Frage so wird ein vernünftiges und zivilisiertes Ehepaar offensichtlich zunächst zusammen einen Rechtsanwalt konfrontieren oder etwa nicht Fragezeichen nun in Wahrheit ist es nicht so zumindest in England und bis vor kurzem auch in allen 50 Staaten der USA erlaubt ihnen das Gesetz nicht sich so zu verhalten also zu einem Streitschlichter zu gehen und einem kooperativen Problemlöser zu gehen sich so zu verhalten oder genauer gesagt und bedeutsamer erlaubt der Berufskodex der Rechtsanwälte es ihnen nicht und der Berufskodex da würde ich sagen erlauben die vorteilbringenden Irrtümer der Rechtsanwälte es ihnen nicht eine Sache kooperativ und unstreitig sanft abzuwickeln ja weil ich habe ihr eben gesagt weil der Berufskodex besteht eben wahrscheinlich aus einer Summe an vorteilbringenden Irrtümern der Sparte der Rechtsanwälte und das ist so lieber Dr. Füllmich liebe Viviane Fischer sind sie in der Lage ihre eigene Sparte reflektieren zu können auf die vorteilbringenden Irrtümer und den Schaden den sie in der Bevölkerung anrichten müssen um selber Geld zu verdienen können sie das reflektieren können sie einer Rechtsanwalt Reform zustimmen wenn sie das nicht können sollten sie aus der Politik sie die Finger raus lassen weil sie richten dann nur Schaden an weil sie einfach nur das Programm ihrer vorteilbringenden Irrtümer ihres Berufskodex durchziehen werden auf Kosten von uns Wählerinnen ein guter Politiker beginnt erst wenn er so wie ich zum Beispiel seine Sparte meine Sparte war die Psychotherapie Psychoanalyse und so weiter niedergelegt hat weil er erkannt hat dass er damit Schaden anrichten muss um selber Geld zu verdienen und genau so ein Anwalt wird nur dann ein guter Politiker wenn er selbst sagt was wir machen unsere Sparte des Anwaltswesens ist voll von Vorteil bringenden Irrtümer und wir brauchen unbedingt eine Rechtsanwaltsreform und wie gestern jemand bei der Gemeinwohllobby gesagt hat jemand wie Füllmich oder Fischer wird auch nach der Reform noch ein gutes Einkommen haben ja aber er wird dann eher als Verhinderer von Rechtsstreitigkeiten präventive Präventiv Anwalt mit seiner Kanzlei auftreten und so genau wie die Hausärzte und die Hausanwälte die Hausärzte und die Hausanwälte werden alle präventiv arbeiten und werden unser Wohlergehen bessern weil sie nicht mehr darauf angewiesen sind Sachen unnötig streitig zu gestalten um ausreichend Geld zu bekommen sie bekommen jetzt ihre Verdienst Zuschüsse in Zukunft für die Steigerung unseres Wohlfühlens unserer Gesundheit und unserer Langlebigkeit und unseres Wohlstandes und da werden dann Dr. Füllmich und Viviane Fischer auch wieder ein gutes Einkommen haben bin ich ganz sicher aber das Problem ist schaffen sie es überhaupt ihre eigene Sparte und ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer in ihren eigenen Köpfen zu erkennen bis jetzt sehe ich dafür noch nicht genügend Anzeichen wäre schön wenn wir das demnächst erleben dürften also noch einmal Dorkins sagt also es der Berufskodex der Rechtsanwälte erlaubt es ihnen nicht also die vorteilbringenden Irrtümer der Rechtsanwälte erlauben es ihnen nicht Rechtsanwälte dürfen nur einen Ehepartner als Klienten annehmen der andere wird abgewiesen und enthält entweder überhaupt keinen rechtlichen Beistand oder ist gezwungen einen zweiten Rechtsanwalt aufzusuchen und dann geht der Spaß los in getrennten Büros aber unisono weil Mitglieder einer gleichen Sparte der gleichen Sparte also in getrennten Büros aber unisono beginnen die beiden Rechtsanwälte unverzüglich von uns und ihnen zu sprechen uns verstehen uns verstehen wir das Recht bedeutet nicht ich und meine Frau es bedeutet ich und mein Rechtsanwalt gegen meine Frau und ihren Rechtsanwalt wenn der Fall vor Gericht kommt wird er in der Tat als Schmidt gegen Schmidt aufgerufen es wird davon ausgegangen dass es ein kontroverser Fall ist gleichgültig ob die Ehepartner feindliche Gefühle gegeneinander hegen oder nicht und gleichgültig ob sie eigens vereinbart haben vernünftigerweise freundschaftlich miteinander umzugehen und wer hat einen Vorteil davon dass der Fall als eine ich gewinne du verlierst Trauferei behandelt wird vermutlich nur die Rechtsanwälte da haben wir fast da ist er ja eigentlich ganz dicht an unserem Begriff des vorteilbringenden Irrtums und er hat ja selbst über parasitäre Meme gesprochen also er ist ganz dicht eigentlich zu erkennen hier geht es um vorteilbringende Irrtümer parasitäre Meme Killer Viren des Geistes es geht darum dass die Rechtsanwälte selber ihre vorteilbringenden Irrtümer glauben uns damit infizieren mit diesen Killer Viren des Geistes und uns damit dann zustimmen lassen einer ich gewinne du verlierst Trauferei zuzustimmen sie hetzen uns quasi eher zur Aggressivität gegenüber dem Partner auf ich lese weiter das glücklose Ehepaar ist in ein Nullsummenspiel hineingedrängt worden für die Rechtsanwälte jedoch ist der Fall Schmidt gegen Schmidt ein nettes fettes nicht zum Nullsummenspiel bei dem die Schmidts die Belohnungen zahlen und sie selbst das gemeinsame Konto ihrer beiden Klienten in sorgfältig kodierter Zusammenarbeit plündern also das ist das was den Rechtsanwälten nicht bewusst ist es ist ihnen nicht bewusst dass sie aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer eigentlich versteckt kooperieren sie haben null Kontakt miteinander aber sie kooperieren miteinander indem sie die gesamte Sache zur Streitigkeit hochkochen selber mehr verdienen und die Schmidts pleite gehen oder bluten müssen jedenfalls ich lese weiter beispielsweise machen sie vorschläge die wie sie beide wissen von der jeweils anderen seite nicht akzeptiert werden naja das das ist jetzt wieder eine falsche behauptung wieso wissen die das beide ich gehe davon aus dass es ihnen nicht bewusst ist dass sie diese vorschläge aufgrund von vorteil bringenden irrtümern ihrer sparte machen und dass diese grundsätzlich nicht akzeptabel sind das ist ihnen nicht bewusst ich glaube dass sie bewusst denken also professor richard dorkins geht hier nicht sauber mit der tatsache ist eine sache nicht bewusst oder ist sie bewusst nicht sauber um ja ich vermute dass die anwälte dass es ihnen nicht bewusst ist dass diese Vorschläge von der anderen seite nicht akzeptiert werden können ich lese weiter dies provoziert einen gegen vorschlag von dem sie ebenfalls beide wissen dass er nicht akzeptabel ist also ich würde sagen bei denen beiden nicht bewusst ist dass er nicht akzeptabel ist und so geht es weiter jeder brief jeder telefonanruf der zwischen den beiden zusammen arbeitenden arbeitenden Gegnern also angeblichen oder vermeintlichen Gegnern ausgetauscht wird erhöht die Rechnung um einen weiteren Batzen mit einigen Glück lässt sich dieses Vorgehen Monate oder sogar jahrelang hinziehen und entsprechend steigen die Kosten das erinnert mich an den Professor Andereck von der Universität Köln Wirtschaftspolitik Professor wo ein junger Betriebswirt einen Vortrag über mich über unsere neue Wirtschaftsordnung über die Next Scientists for Future und ja über darüber und mit mir gehalten hat wo der Professor Andereck gesagt hat den Witz erzählt hat den erzähle ich mal schnell Großvater Anwalt Urgroßvater Anwalt Großvater und Vater Anwalt gehen auf Urlaub und sagen Junge du kommst mal eine Zeit lang ohne uns aus Junge Anwalt kümmer dich um die Sachen und so weiter und wir machen schön Urlaub und der Junge macht und macht und dann kommen die älteren Anwälte der Familie zurück und der Junge kommt ihnen freudestrahlend entgegen und ruft ich habe den Fall gelöst und den Fall gelöst und den Fall geschlichtet und den Fall geschlichtet und das gelöst und so weiter und die Alten sagen du Idiot davon hätten die ganze Familie noch Generationen von diesen Streitigkeiten leben können und jetzt hast du uns alle ruiniert hast uns alle unsere Geldquelle kaputt gemacht und diesen Witz hat Professor Andereck erzählt um zu zeigen dass er unseren Ansatz verstanden hat und er hat dann noch mal gesagt er hat auch schon immer natürlich muss er als Wirtschaftspolitik Professor einfach immer so weiter unterrichten aber er hat gesagt privat hat er quasi immer schon geahnt dass unser ganzes System nicht stimmt nicht funktioniert ja deswegen also ich wiederhole noch mal Dawkins passend zu Professor Andereck mit einem Glück lässt sich dieses Vorgehen Monate oder sogar jahrelang hinziehen und entsprechend steigen die Kosten die beiden Rechtsanwälte setzen sich nicht etwa zusammen um sich dies alles einfallen zu lassen im Gegenteil ironischerweise ist gerade die Tatsache dass sie so peinlich getrennt sind das Hauptinstrument ihrer Zusammenarbeit auf Kosten der Klienten Ja weil das in den vorteilbringenden Irrtümern des Berufsstandes ist verankert diese versteckte Zusammenarbeit und dass die Rechtsanwälte wirken wie eine Räuberbande die die Klienten ausplündert hat ich lese weiter möglicherweise sind die Rechtsanwälte sich gar nicht dessen bewusst was sie tun und da würde ich sagen höchst wahrscheinlich sind die Rechtsanwälte sich gar nicht dessen bewusst was sie tun wie die Vampire mit denen wir uns gleich befassen werden spielen sie lediglich nach perfekt ritualisierten Regeln das was wir vorteilbringende Irrtümer nennen das System funktioniert ohne jede bewusste Aufsicht oder Organisation ja wer das nicht begriffen hat das ist das Unbewusste das Unterbewusste und das Verdrängte und die Verdrängung niemals gegeben hat sondern nur bewusst und nicht bewusst ja nur das gibt es das System funktioniert ohne jede bewusste Aufsicht oder Organisation wer das nicht begriffen hat macht Pseudopsychologie das ist Pseudowissenschaftliche Psychologie das ist uninteressant ja das ist Psychobiologie hier Biopsychologie Psychologie echte Evolutions Psychologie und damit Wahrheit ja es ist völlig also ich lese weiter es ist völlig darauf angelegt uns in Nullsummenspiele hinein zu zwingen Nullsummenspiele für die Klienten aber ausgesprochene nicht Nullsummenspiele für die Rechtsanwälte also sozusagen die Klienten werden durch die Vorteilbringenden Irrtümer manipuliert sich abzufinden mit einem Streit gegen den Ehepartner anstatt mit einer anstatt eine Schlichtung herbeizuführen die für alle billiger wäre und die Anwälte kooperieren aufgrund ihrer berufsständischen Vorteilbringenden Irrtümer ihre Anwälte Sparte in ein nicht bewusster Weise miteinander und plündern die Kundschaft was sollen wir tun Shakespeare's Lösung Shakespeare's Lösung war das Umbringen aller Rechtsanwälte Shakespeare's Lösung verursacht eine Menge Schlamassel es wäre sauberer für eine Gesetzesänderung zu sorgen da öffnet also Dawkins erstmals in der Evolution der Naturwissenschaften die Tür für das was wir heute Staatscoaching oder Mini-Staatscoaching nennen nämlich Gesetzes- und Regeländerungen zu bewirken in der Politik also nochmal es wäre sauberer für eine Gesetzesänderung zu sorgen aber die meisten Parlamentarier kommen aus den juristischen Berufen und haben eine Nullsummen-Mentalität also ja die haben die Mentalität eher Kriege vom Zaum zu brechen weil sie ja gewohnt sind ihr Geld über Steigerung von Kontra von Konflikten Vermehrung von Konflikten zu erzeugen deswegen ist es so absurd wenn Rechtsanwälte eine Weiterbildung als Mediator machen weil sie dann ja in Konflikt eigentlich bekommen und deswegen glaube ich dass die meisten juristischen Mediatoren weiterhin Öl ins Feuer gießen und die Sache eigentlich verschlimmern weil sie ja eben eigentlich aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümern eine Nullsummen Mentalität haben also deswegen ich glaube dass Rechtsanwälte die ungeeignetsten Personen sind um als Mediatoren aufzutreten weil ihre Grundmentalität wie Richard Dawkins hier richtig sagt ja eine Nullsummen Mentalität also ein Kampf A gegen B im Kopf haben und das werden sie nicht so schnell in der Mediation abwerfen können und oder reflektieren können man kann sich kaum eine feindliche Atmosphäre vorstellen als das englische Unterhaus vor Gericht wird in der Debatte wenigstens der Anstand gewahrt das fällt auch nicht schwer da mein gelehrter Freund und ich den ganzen Weg sehr genau wichtig wird es hier nochmal vielleicht sollte man wohlmeinenden Gesetzgebern und wirklich reumütigen Juristen ein wenig Spieltheorie beibringen also was wir eigentlich machen bei den Next Scientists for Future ist quasi eine in einfacherer Sprache die Spieltheorie den Leuten zu erklären wenn wir von positiven Anreizen die wir setzen müssen sprechen dann ist das eigentlich angewandte Spieltheorie nur Spieltheorie ist von den Worten so ein bisschen kompliziert und wir machen das alles ohne diese komplizierte Sprache also vielleicht sollte man wohlmeinenden Gesetzgebern und wirklich reumütigen Juristen zu denen ich ja gerne auch Viviane Fischer und Dr. Füllmich machen würde vielleicht sollte man wohlmeinenden Gesetzgebern und wirklich reumütigen Juristen also ich bin ein reumütiger ehemaliger Psychotherapeut Psychoanalytiker Füllmich und Fischer stehen noch vor der Wende in ihrem Leben sich zu wandeln zu wirklich reumütigen Juristen die dann sagen wir brauchen eine Rechtsanwaltreform genauso wie wir eine Justiz Staatsanwaltschafts und Polizeireform dringend brauchen nämlich diese müssen alle in den Dienst der Wählerinnen gebracht werden ich lese weiter es ist nur gerecht wenn wir hinzufügen dass einige Juristen genau die umgekehrte Rolle spielen indem sie ihre Klienten die auf einen Nullsummen Kampf aus sind davon überzeugen dass eine außergerichtliche nicht Nullsummen Regelung für sie günstiger wäre da spielt er auf die Juristen an die als Mediatoren arbeiten aber da glaube ich nicht so nicht so recht da erkennt er nicht dass die Frage ist wie gut sind Juristen als Mediatoren dabei genau wenn es darum geht plötzlich die umgekehrte Rolle zu spielen nämlich indem sie ihre Klienten die auf einen Kampf gegeneinander aus sind davon überzeugen durch die Mediation dass eine außergerichtliche vertragliche kooperationsvertragliche Regelung für alle besser wäre sozusagen da sagt er fairerweise ja dem einen oder anderen Anwalt mag das gelingen dass er wirklich ein bisschen echte Wirkung als Mediator entfaltet aber gestatten sie mir dass ich da so meine Zweifel habe weil ein Mensch der so voll ist von vorteilbringenden Irrtümern die in die konfliktvergrößernde Richtung lenken dass der plötzlich auch noch eine zweite gespaltene Persönlichkeit entwickeln soll die dann plötzlich auf Konfliktschlichtung und Problemverkleinerung hinaus sind und auf kooperative Lösungen ja das ist eine Sache ob diese Schizophrenie wirklich Rechtsanwälte gut hinkriegen da habe ich so meine ganz großen Bedenken aus allem was ich bis jetzt so gesehen habe würde ich lieber von einer Pseudomediation sprechen als von einer echten Mediation in dem Fall warum ist so überhaupt ist es so dass ja viele Sachen entschärft werden da zum Beispiel gerade habe ich eine Gesundheitswissenschaftlerin gesehen im Internet Fernsehen das ist dann eben Pseudo Gesundheitswissenschaftlerin in Wirklichkeit hat sie eigentlich nur im Dienste von Pharma und Medizinkonzernen und Industrie gesprochen hat aber quasi sich selbst war selbst in der Illusion sie würde irgendwie eine neutrale Gesundheitswissenschaft betreiben in Wirklichkeit hat sie gar nicht erkannt dass sie so voll von Vorteil bringenden Irrtümern der Pharmakonzerne und Medizinkonzerne ist dass sie in Wirklichkeit nicht im Sinne der Wählerinnen gesundheitsförderlich denkt sondern nur Profit fördern für die Industrie denkt also dieses Pseudo Pseudomediation Pseudo Gesundheitswissenschaft Pseudo Pseudo Ernährungsberater ja das findet man überall das ist überall weit verbreitet ja das lasse ich mal so gut sein ich gucke gerade ob da noch irgendwas wichtiges ist nee bleiben das ist also jetzt so das war die erste sozusagen Entdeckung eines echten Naturwissenschaftlers die erste eigentlich in Wirklichkeit ist es die erste naturwissenschaftliche Kritik am bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus am Beispiel am Beispiel der Rechtsanwälte hat Dawkins verstanden dass der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus uns absolut Schaden zufügt leider konnte er das nicht weiter vertiefen und es brauchte den Weltrat der Weisen die Next Scientists for Future die diesen Faden zu Ende gedacht haben und so haben wir leider nur eine Spitze Weltspitze der Wissenschaft Weltrat der Weisen mit Arbeitskreis Next Scientists for Future und leider ist alles andere leider sehr wenig kompetent lebt aber meistens in dem Größenwahnsinn man könnte alles schaffen ohne die Next Scientists for Future zu nutzen ja schade traurig und an diesem Größenwahnsinn wird die Welt zugrunde gehen und in ein Leiden ohne Ende in ein Schrecken ohne Ende Ceterum Sensio die Menschheit wird das nicht packen sie wird in einem Schrecken ohne Ende in einem Leiden ohne Ende enden Tschüssi bis bald